So, da ist unser Raucheraum. Hallo ihr Lieben, wir sind gerade unterwegs zum Kika-Dreh. Da ist der Mati. Hier ist Franziska. Ich habe sie Franziska genannt. Auf Safari. Genau. Ja, ihr wisst ja, Mati hat ja da eine Show. Und ich darf auch ein bisschen mitdrehen und deswegen bin ich jetzt da. Ihr habt ja vielleicht schon den anderen Vlog gesehen, den sinnlosesten Vlog. Da hatten wir damals den Pilotfilm gedreht. Und da durften wir noch gar nicht sagen, was das ist. Aber mehr durften wir auch noch gar nicht sagen. Ja, Tag. Es geht schon wieder weiter. Gleich sind wir am Drehort. Wer dreht den Vlog, ich drehe ein, ich drehe noch durch. Wir sind gerade am Filmset und der Sven hat leider zu lange getoastet gerade. Sein Toast war zu lange drin. Sie versucht ihn gerade heile zu machen, den Toaster. Das ist ja immer der Moment, wenn du plötzlich abläuft und die andere Kameras hervorholen. Dann springst du ihn so aus den Händen raus einfach. Ja, das ist schlimm. Oh, 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 oh. Ich habe ein Make-up. Oh, wirklich? Hau zu weiter. Nicht hier oben. Puh. Das war jetzt aber auch kurz vor Feierabend. Ja, fehl doch rein. Also, das gibt es ja nicht. Aber Sie wären nicht schnell gewesen. Das muss man jetzt wirklich mal sagen. Na, es kann ja gar nicht passieren, weil wir haben das ja alles angemeldet. Deswegen hätte das gar nicht passieren können. Richtig. So, ich habe jetzt Make-up drauf und ich habe gelernt, ich brauche ein Gesichtspeeling. Habe ich gerade gesagt bekommen. Ja, ist so. Hashtag ist so. So, das ist übrigens mein Set. Führt ja schon was. Dein Set wird ja schon was. Ihr solltet echt mal mit dem Rauchen auffüllen, Leute. Echt. Mal gucken, wann sie sieht, dass sie gefilmt wird. Sieht sie nicht. Das wird geil, oder das? Richtig geil. Ich habe, ich habe, ich habe die Socken schön. Ach ja, oh. Vielleicht doch ein bisschen zu viel Schnupftabak. Sorry, Mann. Ist der Kameramann schon drehfertig? Ja, klar. Frag nicht. Frag nicht. Der Doktor ist ein Jungen hier. So, das war ein schöner Drehtag. Nochmal vielen Dank an Sven Nagel hier, die Regisseur und dem ganzen Team hier. Natürlich, ihr werdet es jetzt nicht. Nein, ich hier ist. Also nein, nur Sven Nagel. Ja, danke schön, ne? Ah, guck mal, hier ist Team. Hier ist Shakira. Hi. Shakira hier. Meine Haut pelt sich. Meine Haut pelt sich. Ich hatte Sonnenwand. So, das war mein Drehtag für Mattis Show. Da ist Martin. Und ja, er dreht natürlich noch weiter. Ich bin jetzt aber trotzdem noch den Rest der Woche in Köln und werde da bestimmt noch viel erleben jetzt. Morgen zum Beispiel Fantreffen und so weiter und so fort. Ja, werdet ihr noch weiter erleben auf diesem Kanal. Bis dann. Mati, sag tschüss. Tschüss. Franziska, sag tschüss. Tschüss. Danke.